ich laufe in die falsche richtung kommandanten ausschalten der Nureplattform der Nureplattform das sehe ich in der Fall noch schießen sehr gut da steht noch einer kommst du her was haben wir denn hier das ist mir eigentlich neben mir zu gehen langer Weg zum State Building Carolina erleuchten Sie mir den Weg Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße so viele Hunde hier ich sehe die ja gar nicht ich sehe die ja gar nicht Scheiße, kurz am Blumen langer Weg zum State Building erleuchten Sie mir den Weg kann ich die vielleicht nein, kann ich nicht ach du Scheiße das kann man nicht überleben muss man einfach durchrennen langer Weg zum State Building langer Weg zum State Building erleuchten Sie mir den Weg Ach du Scheiße wie denn da wo ich diese Granate diese ach du Scheiße ach du da kommen nicht noch mehr Hunde das war kritisch da geht es wieder hoch und auch nicht ich versuche mal was ich bin hörh was w ich werde ich habe zum ich das schau das ich Ah, hier haben wir es. Okay, es hat nicht viel gebraucht. Ich kann was lesen. Verbindung zum Arbor-Trium-Mod zur nationaler Sicherheit. Mit Jörg 12. September 1948, mysteriösen Albequermode an neuen Eastman-Professionen im Oktober wurden von Staatsbehörden als Werk eines vormals zum Militär gehören psychotischen Studenten beschrieben. Wenn es eine Quelle mit Kontakten zu untersuchen, friegt dem US-Ingenieur ein schwerer, allerdings dass die ermordeten Forscher in einer geheimen Militärrichtung Nuss Alamos an dem sogenannten Projekt Fliegenpilz arbeiteten. Wir haben die Polizeibehörden von Albequermode von einem Stellungsmaßnahmen gebeten. Die wurden jedoch abgelehnt, was das Projekt Fliegenpilz auch seinen Marktwert geben nicht. Wir glauben nicht, dass es etwas mit Straßenplanung in New York zu tun hat. Wir müssen jetzt durch den Sud schwimmen, oder? Kommen wir jetzt hier weiter. So wahrscheinlich. Okay, wir kommen da wieder vor. Okay, wir kommen da wieder hochgekommen. Okay, wir sind hier gefangen für alle Zeiten, oder? Kommen wir hier irgendwie weiter? Das bringt nichts, verschwindet in der Munition. Okay, wir kommen da wieder hochgekommen. So. Wir kommen da noch nicht. Wir sollten ja Munition sparen. Ach du Scheiße. Guck dir. Verdammt. Hätte auf Bombard erhören sollen. Und das von dieser Kasse. Ich komme aufladen. Okay, dann. Aha. Nun wieder rauf oder was? Auf der Seite. Safe Point. Ich will die Kloake schwimmen bei dir. Nicht wirklich die Kloake, aber... Ach Scheiße. Sebel ... Ich habe hier auch eine kleine spaceship. Irgendwie muss man diesen alten Zug Wir müssen den Zug bekommen Tja Verbesserungsgit Hurra Sturmgewehr Das bauen wir als erstes Deswegen Duppelmagazin Erst das eine Dann die anderen Okay Der Zug hat Saft Suchen wir die Steuerung Und schauen ob er läuft Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen schlecht Steuerung Von diesem Zug hier Die Ah die wollen heute mit kommen Vielleicht zwei von der Sorte Das ist nicht gut Diese Kraftwerk Ja, das hier Was mache ich hier? Okay Hübscher Kapp Oh, schön Nee, warum ist er in der Decke? Schliche Fakkel Okay, hier waren wir doch schon Genau, hier haben wir das Ding drauf gelegt Das bringt uns jetzt viel weiter Jetzt haben wir das Ding zum Pfand gebracht Und weiter Hier waren wir doch überall schon Das Gefühl hier sind wir auch schon mal lang Genau, ich bin auf einem wirklichen Kreis hier Ich bin das Wir hätten doch einen Fortschritt Wir haben mit der Bahn Wir sind mit der Bahn gefahren Ich müsste doch irgendwas gebracht haben Ich bin das luôn Ich bin das Ich bin das Ich bin das Ein Schlimm Hier sind die flug Der geht zweiter scheinbar. Können wir hier wohl nicht irgendwo lang? Die waren gestern. Wie kommen wir hier links? Die Steine im Weg. Das was die mit dem... Diese Dinge, wo wir die mal finden. Ich weiß nicht, wie die Waffen hier sortiert sind. Bisschen nachladen. Da wissen wir, das bringt nicht viel. Ja. Ich habe hier überfleisched. Ah ja. Der wird verlassen. Schuf, schuf, die Eisenbahn. Scheiße. Scheiße. Zu dem Geist. Ignorier den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Hey, Cap. Sie sollten wissen... Oh, wow. Diese Sterne. Anja, sehen Sie das? Ist das Tag. So hell, so wissend. Scheiße. Sie werden kleiner und sie werden größer. Halt. Halt. Wired ist verschwunden. Irgendwohin. Ich übernehme jetzt. Auf der 5th Avenue sollte das State Building ganz in der Nähe sein. Ah, ja. Okay. Wo geht's hier noch? Oha. Die ist eine Wache. Die ist eine Wache. Wir müssen es zu Kommandanten vorschlagen. Den Ausschalten gefordert haben, gibt's. Scheiße, hier ist wieder eine Drohne. Bin am Arsch. Ganz nett hier. Ich entferne mich. Guck mal da hinten. Ich mag es nicht, dass hier das Drohnen-Geräusch... Ich mag es nicht, dass hier das Drohnen-Geräusch... Ich mag es nicht. Ach du Scheiße. Da war es mit dem Steaken vorbei. Tja, Scheiße. Ach du Scheiße. Da war es mit dem Steaken vorbei. Ich habe es mit der Verstärkung. Wer ist noch hier? Wo ist der? Schlecht wenn der mal Verstärkung liegt. Kommandanten ausschalten. Verdammt, die Gropheide. Verdammt, da war der Kommandant. Okay, Sneaky. Den kriegen wir noch Sneaky hin. Der nächste wird schwierig. Schess, Drohne, die kommen sofort. Gold gefunden. Ein Panzerhelm. Na, kommt zu Daddy. 10 vor 10 überwältigt. Konzeptart. Und rübsch. Ach, scheiße, hier sollen wir doch nicht in die Sieg hochkommen. Ich muss irgendwo ein Commander sein. Okay, da drüben sieht mich überhaupt nicht. Oh, verdammte Scheiße. Nein, Lug. Wo ist der Kommandant? Da ist der Kommandant. Ach du Scheiße. Die Drohnen. Die Drohnen sollte ich jetzt erst ausschalten. Die Drohne. Alter, Schwede. Als ob die noch lebt, ist die Drohne. So nicht. Mama, du hast mir Postkarten gezeigt. Von deiner Familie in New York City. Wir wollten hin. Nur wir beide. Nee, hier runter springe ich nicht. Bestimmt nicht. Okay. Und geht's jetzt lang? So, doch. Darunter hüpfen, oder was? Oha, das ist die tiefen Straßen. Wozu sind wir hier überhaupt hoch? Und wir haben da eh wieder verboten müssen. Vielleicht, um hier durchzukommen. Okay, jetzt kriegen wir doch mit den... ...diese Kraft weg hin. Dann muss doch irgendwie... Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, so geht's auch. Ich muss mal kurz in die Option gucken. Gibt's irgendwo eine... Gibt's hier irgendwelche Steuerung? Das sind Zäumung. Waffenauswahl ist faul. Okay, das wollte ich wissen. So, hier. Okay, kann man nicht durch. Geht jetzt gedacht. Na, das bringt nix. Hier kommen wir nicht durch. Wie sieht die so zerbrechlich aus? Das ist wirklich effizient. Das wird auch nicht durchkommen. Ich habe das Gefühl, hier müssen wir durch. Okay, da passiert aber was. Und da bilde ich mir das noch ein. Irgendwie gab's doch diesen Sprung, dieses Leiden. Sprung, Spenden, Spendenducken. Störung, links und Spenden, oder ist es? Da müssen wir doch... Da gab's doch diesen Slide. Sicher, dass da nichts geht. Tja. Das überrascht mich aber jetzt ziemlich, dass wir da nicht durch können. Und von ganz oben springen dann die Sternenball rein. Das sag ich euch. Das ist keine so gute Idee. Das ist wirklich eine sehr schlechte Idee. Und ganz oben auszupfen. Scheinlich bis hier irgendwie hoch, aber... Das können wir auch hier nicht hüpfen. Hier ist es abgestattet. Hier geht es durch, aber... Okay. Okay, so viel Schaden bringt es dann doch nicht. Hurra! Willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.